Willkommen zu unserem Video über 5 schöne Reiseziele in St. Pölten St. Pölten ist eine charmante Stadt in Niederösterreich, die von einer reichen Geschichte und Kultur geprägt ist. Mit seinen faszinierenden Sehenswürdigkeiten und den zahlreichen Aktivitäten, die es zu bieten hat, ist St. Pölten ein wunderbares Reiseziel. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 5 Orte vor, die Sie bei einem Besuch in St. Pölten unbedingt besuchen. 1. Dom zu St. Pölten Der Dom zu St. Pölten ist ein beeindruckendes gotisches Gebäude, das im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Die Kathedrale hat im Laufe der Jahre viele Veränderungen durchlaufen und ist heute eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in St. Pölten. Der Dom beeindruckt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine kunstvolle Innenausstattung. Besonders sehenswert sind die Fresken im Chor und die Krypta, in der die sterblichen Überreste von St. Hippolytus liegen. 2. Landhausviertel Das Landhausviertel ist das historische Zentrum von St. Pölten und bietet eine Vielzahl von historischen Gebäuden und Denkmälern. Hier finden Sie unter anderem das ehemalige Kloster der barmherzigen Brüder und das prachtvolle Schloss Lug. Das Viertel ist auch ein großartiger Ort, um lokale Geschäfte und Restaurants zu entdecken, die eine Vielzahl von traditionellen Speisen und Getränken anbieten. 3. Rathausplatz Der Rathausplatz ist ein weiterer wichtiger Ort in St. Pölten und ein wunderbarer Ort, um eine Pause einzulegen und die Atmosphäre der Stadt zu genießen. Hier finden Sie das prachtvolle Rathaus, das in neoklassizistischem Stil erbaut wurde und heute das Zentrum der Stadtverwaltung ist. Der Platz bietet auch eine Vielzahl von Restaurants und Cafés, die eine breite Palette von Gerichten anbieten. 4. Kulturbezirk Der Kulturbezirk von St. Pölten bietet eine Fülle von Kulturveranstaltungen und Aktivitäten. Hier finden Sie das Landestheater Niederösterreich, das jedes Jahr eine Vielzahl von Aufführungen bietet, sowie das Museumsquartier, das eine breite Palette von Kunst- und Kulturausstellungen beherbergt. Der Kulturbezirk ist auch der Ort für das jährliche Fest der Kulturen, ein buntes Festival, das eine Vielzahl von Musik- und Tanzperformance sowie lokale kulinarische Spezialitäten bietet. 5. Wiener Alten Die Wiener Alten sind eine atemberaubende Bergkette, die sich südlich von St. Pölten befindet und ein perfektes Ziel für Naturliebhaber ist. Hier finden Sie eine Vielzahl von Wanderwegen, die durch die malerische Landschaft führen und Ihnen die Möglichkeit bieten, die Schönheit der österreichischen Natur zu erleben. Die Gegend ist auch ein beliebtes Ziel für Skifahrer und Snowboarder im Winter. Fazit St. Pölten ist ein wunderbares Reiseziel mit einer Fülle von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten für Besucher jeden Alters. Ob Sie die Geschichte der Stadt erkunden möchten oder die Natur der Umgebung erleben möchten, St. Pölten hat für jeden etwas zu bieten. Neben den oben genannten Orten gibt es noch viele weitere Sehenswürdigkeiten in St. Pölten, wie zum Beispiel das Klangturm, das eine faszinierende Klang- und Lichtshow bietet, oder das Museum Niederösterreich, das eine Sammlung von historischen Artefakten und Kunstwerken beherbergt. Auch das Schloss Dreismauer, das sich in der Nähe der Stadt befindet, ist einen Besuch wert. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.